hallo und herzlich willkommen bei the car crash review ganz am anfang bevor es losgeht es ist heiß es ist samstag und ich habe ein schweine geiles auto dabei ich werde also für mich und für euch heute meine ärmel hochkrempen und ganz am anfang bevor es losgeht abonniert gerne den kanal warum bei uns gibt es jeden tag neue karre von mir meiner wenigkeit oder der bezaubernden chassis vorgestellt macht das genau jetzt macht euch glücklich und informiert euch auf diesem kanal und das auto was ich heute für euch dabei habe ist optisch eins meiner lieblings kompakt suv vielleicht coupés und hat einen unglaublich nahezu unschlagbaren vollhybriden verbrauch ich bin richtig begeistert von dem auto warum erfahrt er in diesem video und die dritte generation des honda hrv ehev teilt sich den vollhybriden antrieb zum beispiel mit dem jazz zum beispiel mit dem crv warum ist das auto jetzt eigentlich mein optisches highlight hier in der mittleren ausstattungsvariante mit dem sportpaket wie schön könnt ihr den machen was gibt es da für möglichkeiten wie ist der innenraum wie fährt da sehe ich wie ist der verbrauch jetzt denn am schluss wirklich was kostet auto wie lässt sich in seinem wettbewerbsumfeld einordnen und warum bin ich eigentlich so angetan erfahrter genau in diesem review da gibt es einen kleinen kurs am anfang von mir für euch abonniert den kanal und dann fröhnich meine objektophilen leidenschaft küsst das auto um es euch dann vorzustellen ja ganz am anfang spreche ich mit sehr viel liebe über unseren kooperationspartner goalie sie was machen die jungs die vergleichen für euch unter den etablierten leasing anbietern und suchen den garantiert besten diesen preis für euer traumwagen raus schaut da gern vorbei ist eine gute sache wir vergleichen da übrigens selbst und jetzt werde ich mal so ein bisschen die zeitschritte bei honda der jüngeren vergangenheit aufmalen für euch und erst mal ging es natürlich hier mit dem hrv 1998 los jetzt 2021 ist er nach der zweiten jetzt endlich in der dritten generation hat sich optisch komplett geändert hat sich vom antriebskonzept aus meiner sicht komplett geändert und das liegt natürlich auch daran dass 2019 der crv gelauncht wird mit einem ähnlichen antriebskonzept sehr ähnlich 2020 wird dann der jazz gelauncht mit einem sehr ähnlichen antriebskonzept und dann muss ich einen kleinen break machen wir haben den honda jazz mit dem hybriden antrieb gerade im test und zwei wochen waren wir damit unterwegs und haben einen unglaublich guten verbrauch realisiert er zwar 22 ps weniger aber wir haben hier einen ähnlich guten verbrauch was großartig ist und dann mache ich natürlich meinen job nicht gerade zum ersten mal und habe geguckt was heißt denn hrv eigentlich das heißt in japan wo honda ja herkommt high rider vehicle in europa allerdings heißt es hybrid recreation vehicle ihr könnt euch jetzt selbst aussuchen wir das auto nennt nennt er es vielleicht heinz richard vogel und was heißt eigentlich ehev hv steht wiederum für hybrid electric vehicle ist also ein voll hybrid ganz schön kompliziert wettbewerbsumfeld ist aus meiner sicht zum beispiel der renault arcana viele sagen dass der hier von hinten so ein bisschen aussieht wie ein bmw x4 man könnte auch ein mazda mx3 oder ein cx30 hernehmen ich finde das design hier einfach klasse es ist clean es ist rund und es gibt drei ausstattungs varianten elegance advanced und advanced design wir haben hier die mittlere die advanced design version ja die hat dann noch mal so ein abgesetztes dach zum beispiel aber wir haben naja hier das sportpaket drauf und das sportpaket das zeichnet sich zum beispiel durch diesen schwarzen kühlergrill hier vorne aus durch diese sportlichere stoßfänger schürze hier vorne durch einen sportlicheren schweller wir haben diffuser hinten einen verlängerten dachkanten spoiler das schon ganz aufregend aber jetzt spricht man natürlich erstmal über die ausmäße der ist kompakt heißt er ist vier meter 34 lang 179 breit 158 hoch und für mich ist es ein kompakt suv coupé es gibt sechs farbvarianten hier bei dem auto und dieses khaki sand zum beispiel kostet kein aufpreis ganz interessant ich finde aber dieses auto muss weiß sein und ich finde auch dass es das sportpaket haben muss außer dass hier der kühler in schwarz ist den hätte ich in weiß genommen weil ich finde das sieht man dann dass honda sich mühe gegeben hat einen integrierten kühlergrill zu machen als naja kleines respektvolles zeichen als reminiscenz sozusagen an die entwicklung auf dem europäischen markt das hier alles elektrisch wird hier unten sieht man dann schön den sportstoßfänger mit dieser chrom lippe hier unten dran ihr bekommt allerdings noch das obscura black paket das ist dann ähnlich wie sportpaket aber ein bisschen weniger kostet 1600 euro der kostet 2500 euro ihr könnt aber auch nur diesen kühlergrill schwarz nehmen kostet dann 500 euro und bei den leuchten haben wir hier voll led leuchten die sind viel schlanker im vergleich zum vorgänger viel graziler und haben kurvenlicht integriert was schon bevor er in die kurve fahrt quasi rein leuchtet was sehr praktisch ist ein bisschen wild wenn man das zum ersten mal hat aber richtig spaß macht und dann haben wir eine sehr lange motorhaube auch hier vorne sehr flache scheibe finde ich und dann würde ich sagen zeige ich euch noch dass beide leuchten unter diesen blauweißen honda logo nicht mit einem lichtstreifen wie man das zum beispiel bei vw aktuell macht sondern mit so einem chromstreifen verbunden sind was jetzt interessant ist wir haben kein e im kennzeichen heißt beim vollhybriden bekommt ihr leider keine förderung was ich lenkungspolitischen blödsinn aber jetzt sind wir im profil und ihr seht schon der ist sehr kompakt steht relativ hoch hat 19 cm bodenfreiheit einen wendekreis von elf metern und hat hinten 40 liter tank kleiner kritikpunkt am tank den muss man immer hinten öffnen das nervt mich an der tankstelle andererseits kann ich halt auch niemand benzin klauen beim 40 liter tank hier wäre das aber einmal zu verschmerzen wobei ich jetzt natürlich wieder ein shitstorm wahrscheinlich ernt wenn man über die felgen spricht dann sind es immer 18 zoll felgen kurze überhänge vorne übrigens es gibt auch ganz dunkle felgen ganz schwarze die würde ich lieber nehmen kosten bisschen aufpreis die hier finde ich allerdings auch sehr schick mit dieser zweifahrblackierung und hier diese schwarze umrandung um die radläufe im schweller hierhin unten drin mit dem weiß drunter in dem chromstreifen finde ich richtig gelungen wir haben noch hier sehr klassische bügeltürgriffe vorne hinten haben wir die türgriffe hier oben muss man sich erst mal dran gewöhnen frauen könnten sich hier vielleicht die nägel abbrechen ich habe sowieso keine ich kau nägel aber verratet es meiner schwiegermutter nicht und die schönste ansicht für mich beim auto was den akku ja hier hinten hat und den verbrenner und den e-motor vorne ist die für mich denn diese abfallende dachlinie und vor allem diese sehr clean optik in der seite mit kaum sicken kaum kanten finde ich ein unglaublich schönes japanisches design manchmal gesagt der ist schöner als der ford mustang mach e was ein richtiges kompliment aus meiner sicht für das auto ist und jetzt gehen wir nach hinten und wir haben hier sehr schmale leuchten wieder die verbunden sind ähnlich wie das was mercedes macht mit einem lichtband hier die led leuchten hinten abgedunkelte scheiben ich habe ja die schweller gezeigt und jetzt zeige ich zeige ich euch die verlängerte dachkante hier oben die sehr schick ist und ich habe euch ja auch das honda zeichen hier gezeigt hrv steht wie gesagt hier hv steht hier jetzt wisst ihr ja auch was es bedeutet hier unten haben wir wieder diesen diffusor ein bisschen schön als im sportpaket und da unten ist dann der echte auspuff das echte auspuffendrohr es gibt außen noch so ein leichtes chrompaket das gibt es auch für innen was ich auch ganz interessant finde da könnt ihr im konfigurator viel machen allerdings auch nicht zu viel und jetzt schaut mal der kofferraum geht jetzt hier in der ausstattung elektrisch auf es gibt auch eine annäherungsfunktion in der höchsten glaube ich noch schöner wird es auch dann natürlich mit dem dach in kontrast lackierung dann in dem höchsten ausstattungspaket 320 bis 1300 liter kofferraum volumen kommt ein bisschen auf die ausstattung an und jetzt schaut mal hier rein spannend ist natürlich hier haben wir noch so ein secret fach wo er was für freundin verstecken können guck mal hier unten ist der lize im jonen akku ganz spannend da liegt da der ist jetzt 60 zellen groß wie großer genau das weiß ich nicht da gibt es leider keine werte spannend ist auch ihr könnt von hier hinten die sitze umklappen schaut euch das mal an geht ganz gut zumindest mit meiner größe und dann haben wir hinten richtig viel platz keine ladekante das ist großartig da soll man zwei mountainbikes wohl nebeneinander rein bekommen was echt gutes hier oben haben wir dann noch diese kleine jalousie die man rausnehmen kann händisch schaut euch das an hier ist sie dann raus so da ist ein kleines stück abgefallen aber das drücken wir einfach wieder drauf und jetzt mache ich das hier wieder rein schaut euch das mal an und das seht ihr auch schon dass ich nie gut aufgepasst habe in der schule wenn es ums werk ging aber ich gebe mir übrigens kann ich nicht mal ein ikea regal richtig aufbauen also ist kein fehler vom auto sondern eher einer von mir und so schnell ist es dann wieder drin und dann vielleicht noch auf der anderen seite einfach wieder schließen ach hält auch so ich mache es wieder zu vermutlich habe ich es kaputt gemacht wird honda nicht gern sehen was sie gern sehen werden ist meine begeisterung für die magic seeds ich mache noch mal hier oben auf lass euch dann hier rein gehe selbst auf der anderen seite rein denn diese magic seeds die tragen ihren namen völlig zurecht ich glaube jetzt hier mal wieder hoch das geht unglaublich leicht also brauche ich nicht viel kraft setze mich selbst noch nicht rein und zeige euch noch mal schaut mal hier kann ich das umklappen hochklappen und hier wieder hochklappen heißt ich könnte das dann noch runterklappen und dann glaube ich hier noch hoch und könnt hier noch mal was rein stellen schaut euch das an wie viel platz ich habe einen ganz niedrigen tunnel hier in der mitte was echt schön ist und kann dann auch hier umklappen zum beispiel wieder und hier wieder ganz einfach und setzt mich jetzt hier rein macht die tür zu und noch schöner für mich hier drin ist dass ich viel platz habe also ich habe viel platz für den kopf schaut euch das an zwei handflächen noch mal wohl ich 1 88 groß werden noch mal platz bis nach vorne eine faust ja und dann geht es natürlich um die verarbeitungsqualität die sitze sind echt gut hier mit dem stoff auch die kopfstützen hier sind großartig natürlich der gut für die mitte ist hier aber am schönsten ist natürlich hier unten dass wir hier viel platz haben heißt ich kann auch echt bequem in der mitte sitzen armauflage haben wir hier auch mit zwei cup holder sehr sehr praktisch und heller himmel hier haben wir solche leuchten zum beispiel auch drin fach hier fach hier vorne zwei lüftungs düsen isofix sowieso gehört inzwischen zum guten ton und jetzt schauen wir mal in die tür rein ja das seht ihr dann schon gepolsterte armauflage viel plastik nur unten hart plastik oben weiches plastik schöner türöffner dieses rote teil zum abschließen finde ich ganz so schön ein bisschen klavierlack könnte auch besser sein aber wirklich solide verarbeitet für den preis den ich euch dann am ende verraten wird was jetzt spannend ist ist natürlich das antriebskonzept und eigentlich haben wir hier das heißt eigentlich wir haben hier ein verbrenner drin 1,5 liter vierzylinder läuft im atkinson zyklus und der dient in vielen fällen einfach nur als generator jetzt mache ich da vorne mal auf zeige euch den und erkläre euch was es mit dem auf sich hat also der hier leistet 107 ps insgesamt kommen wir allerdings auf eine systemleistung von 131 ps wir haben einen kleinen e-motor da drin und einen großen antriebs e-motor der hat dann eine leistung von 131 ps das sagte der e-motor die gleiche leistung wie insgesamt ja genau weil den meisten fällen treibt ja auch der e-motor an das auto wiegt 1452 kilo beschleunigt in 10,7 sekunden auf 100 wird 170 km h schnell und das beste ist der verbrauch liegt bei nur 5,4 litern für die größe und es kein diesel übrigens so jetzt mache ich mal zu jetzt wird allerdings ein bisschen einfacher in dem video das schwierigste für mich ist geschafft ich zeige euch jetzt den innenraum und dann werde ich euch erklären wie dieses auto sich fährt das ist nämlich ganz spannend und was wir wirklich verbraucht haben kommen ja kommen wir zum innenraum und ich habe ja von honda gelernt das auto ist auch sehr gut geeignet für junge leute ich bin total jung also kann ich euch den innenraum bestimmt auch gut erklären erstmal bin ich beeindruckt von der architektur denn die ist sehr klar sehr clean es ist sehr aufgeräumt hier drin und ich finde sehr schnell eine sitzposition irgendwie fast dieses golf phänomen fühle mich hier drin sehr schnell wohl das ist schon mal gut wir haben einen hellen himmel hier drin was es freundlich macht ich mag lieber dunkle vielleicht weil ich ein unfreundlicher typ bin oder sowas eigentlich mag ich noch lieber glasdächer deswegen beißt sich die katze genau da in den schwanz aber jetzt gucken wir mal wie wohl sich eine katze hier auf den sitzen fühlen wird und die haben stoff hier in der innenbahn kunstleder haben wir außen eine schöne naht wir können auch die kopfstützen flexibel verstellen ich bin 1,88 groß habe hier mehr als genug platz eine hohe sitzposition das ist schon mal sehr gut und jetzt würde ich sagen schauen wir mal in die tür rein da vorne mag ich auch nicht dieses element um die tür zu öffnen und zu schließen ja wir haben viel weiches plastik oben gepolsterte armauflage was gutes unten platz in der tür was auch wichtig ist allerdings auch ein bisschen hart plastik was okay ist was ich sehr liebe ist diese lüftungsdüse die sich einmal durchzieht und was tolles ist schaut mal dieses element hier weil honda hat sich überlegt das ist ja im flugzeug immer relativ scheiße und auch manchen autos ja die luftverwirbelung kommen einem direkt ins gesicht in your face das ist ja nicht so man will hier einen luftschleier um den kopf rum oder um den mensch rum erzeugen das funktioniert auch wirklich fragt mich nicht wie es funktioniert aber es funktioniert und das ist echt richtig gut ja jetzt beschäftigen wir uns mit dem neuen aufgesetzten 9 zoll display und im 7 zoll digitalen cockpit hier vorne richtig gut aber erst mal geht es dann natürlich neben der architektur der displays um die mittelkonsole erst machen wir hier platz für ein handy usb stecker hier usb stecker hier sehr wichtig da gibt es also keinen streit mein handy habe ich auch noch hier unten hingelegt da gibt es nämlich auch noch eine 12 volt steckdose hier ist der gangwahl hebel für das cvt getriebe ein stärkerer modus für das bremsen für die rekuperation cvt getriebe heißt eigentlich keine gänge diese schifter hier sind für die rekuperation stufen da kommen wir nachher beim fahren zu keine sorge ein rahmenloser in den spiel wurden wir versprochen der hat einen kleinen rahmen ist aber sehr schick und gibt mir eine gute sicht nach hinten finde ich und ja das ist relativ breit ein bisschen zerklüftet gefällt mir aber gut farmo die haben wir hier da vorne seht ihr dann econ normal sport also auch ganz gut gelöst elektrische parkbremse bergabfahrhilfe hier und hier ist ja der schlüssel relativ klein sieht ein bisschen aus wie ein tamagotchi ich liebe kleine schlüssel cup holder hier hier haben wir noch mal platz platz zum auto ist wichtig finde da spricht man viel zu wenig darüber auch die polsterung hier sehr gut dann haben wir hier alles für die klimasitz heizung hier für jesse ganz wichtig stärke können wir hier verstellen die temperatur hier ich finde es gut dass es dafür noch knöpfe gibt ansonsten sind ja nicht mehr so viele hier drin jetzt würde ich sagen kommt prinzessin jesse mal rein und wir sprechen übers lenkrad das ist nicht zu dick nicht zu dünn sehr rund im vergleich zum vorgänger wesentlich kleinerer pralltopf dann haben wir hier sprachsteuerung und können dann auf der seite da vorne uns zwei elemente anzeigen in dem display können dann zum beispiel das telefon rein machen oder die sicherheitsgurte hier rein machen zum beispiel oder die wartungsintervalle hier rein machen und da immer dann wieder zurück rechts die geschwindigkeit links die geschwindigkeit die wir fahren dann digital dann haben wir den modus hier drin die reichweite die gradzahl ganz gut auf der seite dann können wir noch hinten den kofferraum aufmachen vorne dann seht ihr hier unten können wir den tankdeckel aufmachen und die klappe vorne und ansonsten fühle ich mich hier wirklich sehr wohl assistenten sind hier drauf hier haben wir dann noch die lenkrad heizung start stopp knopf hier in einem giftigen rot und dann spricht man über das 9 zoll große infotainment und das liebe ich weil es ist vielleicht nicht das allerschnellste aber es ist sehr intuitiv schaut mal anzeigemodus dhb bluetooth apple kabel android auto können wir finden interessant ist übrigens auch bei diesem system apple kabel geht auch over the air also ohne kabel android auto nur mit meistens ist es andersrum ja telefon ist hier navigation ist hier die ist auch ja einigermaßen schnell jetzt seht schon kurze gedenksekunde aber hier beim summen relativ schnell es gibt noch ein drehregler für lauter leiser hier geht's dann immer wieder zurück also wenn ich ganz so gut taugt ist dass das system nicht zu mir gedreht ist sondern sehr mittig dann sieht allerdings der beifahrer was alle anwendungen haben wir dann hier hier haben wir dann so ein homescreen für navi telefon zum beispiel apple kabel im android auto wir haben honda app center ist allerdings nicht verbunden hier also kann ich das leider nicht zeigen fahrzeug einstellen noch wichtig hier haben wir die assistenten wir haben jetzt neue bergabfahrhilfe hier drin oder einen toten winkel warner auch neu die instrumenten einstellungen können wir hier dann auch machen ja haben dann hier auch noch die ta anzeige die jetzt aktiviert wurde manchmal lieber wieder aus und den bordcomputer hier vielleicht auch noch spannend da seht ihr dann so ein bisschen die verbräuche schon mal und was jetzt interessant ist ist nicht dass wir hier die anzeigemodus noch haben oder uns nachrichten vorlesen lassen können sondern wir haben hier die honda app die wir nutzen können und jetzt schaut mal was interessantes ich habe das handy gehackt 1234 ist tatsächlich das passwort ich kann andere telefone nicht bedienen also seht es mir nach und ich habe einfach hier wirklich das passwort rausgefunden ist auch nicht so schwer eine füllzustand kilometer die innentemperatur vom auto wir können das auch als digitalen schlüssel verwenden dafür muss man dann zwipen und starten hier geht es dann wieder zurück ja dann haben wir hier alles zu was wir entdecken können wir haben hier journey und wir können hier eine geofence einstellen also kinder dürfen zum beispiel eine gewisse area nicht raus oder haben hier honda digital road assistance und haben hier noch mal zur sicherheit sind alle fans dazu ist abgeschlossen und hier geht es dann wieder zurück und was mir am besten gefällt dazu habe ich aber gelernt muss man das auto ausmachen ich bin ja mal so ein typ ich verliere mein auto und könnte hier jetzt hupen lassen und wenn ich dann weiß okay es hupt wüsste ich wo mein auto steht aber bevor es jetzt hier zu lange hupt würde ich sagen jetzt fahren wir los seid ihr schon gespannt was wir brauchen und wie dynamisch das auto natürlich auch das erste mal machen was hier unten an auf dem start stopp knopf und ziehen den gangwahl hebel nach b oder nach die oder wenn wir rückwärts fahren wollen nach er und das schon der erste kritikpunkt weil wenn ich schnell hier rückwärts fahren will wäre es für mich sinnvoller ich mache einfach ganz nach oben vor rückwärts und hier bei er muss ich das immer ein bisschen suchen aber vermutlich gewöhnt man sich dran rückfahrkamera habt ihr hier und dann testen wir vielleicht zuerst auch mal den wendekreis elf meter der ist gut aber auch nicht sehr gut heißt wir kommen hier nicht einmal drum rum aber das ist okay ich habe mich mit meinem honda jazz ja schon ein bisschen dran gewöhnt übrigens sehr überraschend ist der jazz hat einen ganz ähnlichen verbrauch wie der viele sagen jetzt sind es überhaupt nicht überraschend und wenn ich jetzt hier die energiefluss anzeige rein macht seht ihr schon wir rollen jetzt den berg und das sind im b-modus im stärksten rekuperationsmodus auch der könnte für mich stärker sein weil dann könnte man dem auto tatsächlich ein sogenanntes one pedal driving realisieren so geht das nicht so seht ihr aber dass der e-motor also zumindest der eine davon andersrum als generator fungiert und wieder den akku der ja hinten liegt auflädt das sorgt dann eben dafür ja dass wir nicht wie bei einem reinen verbrenner die energie einfach wegfliegen haben sondern dass wir die hinten einfangen was gutes wir können allerdings auch ganz flexibel hier die rekuperationsstufen verstellen bis hin zum einfachen ausrollen dann hier oder wieder stärkeres bremsen das ist schon vor allem für sparfüchse ganz gut und jetzt sind wir im normalen modus wenn wir das noch im econ modus machen also in dem nachhaltigsten wie euch jesse immer sagt das ist noch besser ich mache den b-modus immer rein weil ich es einfach sehr praktisch finde und jetzt kommt da unten eine straße heißt wir fangen mal in sport an schauen uns vielleicht da vorne noch die kühe an gott was für viele kühe und ich bremse jetzt hier mal runter beim auto was 1452 kilo schwer ist gibt gas und dann schauen wir mal wie schnell wir auf 100 sind der hat schon echt zu lieben antritt und jetzt guck mal 100 haben sich noch mal hier ab zwar mal schon mal gleich schneller in eine kurve hier rein und dann seht ihr der regelt auch den frontantrieb vorne ganz gut was auch echt beim dynamischen fahren richtig viel spaß machen das ist mir mein spickzettel hier nach vorne gefallen den machen natürlich einmal noch mal schnell weg und was jetzt schön ist dass wir bei niedrigeren geschwindigkeiten vielleicht im normalen modus rein elektrisch fahren was mir ausgesprochen viel spaß macht weil das auto in naja stadtfahrten bei honda erklärt zu 91 prozent rein elektrisch unterwegs sein kann was ich echt gut findet und dann ist es halt auch ein sehr leises system ihr seht jetzt immer hier vorne ist der verbrenner dabei ist er nicht mehr dabei bei niedrigen geschwindigkeiten ist er nicht dabei wenn ich jetzt noch mal aus und an macht so in den parkmodus machen wir noch mal an hier dann merkt ihr auch erfährt elektrisch los heißt er kommt von einem stressigen arbeitstag fährt elektrisch los und dann geben wir gas zwischen 23 km h funktioniert dann auch die berg abfahrhilfe was sehr spannend das ist ja ein cvt getriebe drin ob man das jetzt e cvt nennt oder ehrv oder wie auch immer ist eigentlich alles völlig egal der gummiband effekt der ist so ein bisschen da heißt wenn man jetzt aufs gas drückt das zeige ich euch dann wird es ein bisschen lauter wenn man das natürlich wie so ein richtiger grobian macht mal hier aber wenn man das langsamer und leiser macht dann merkt man eigentlich nicht dass man cvt getriebe da drin hat was allerdings sehr spannend ist das ist ja nahezu stufenloses getriebe heißt die beschleunigung hier drin die finde ich sehr solide der einzige nachteil ist eben nur das auto wird 170 km h schnell und ganz spannend ist ich kann euch ja jetzt ein sehr soliden wert liefern was wir wirklich verbraucht haben hier und wir sind heute zwei stunden gefahren und auf der uhr vorne standen 4,9 liter jetzt kann ich ja hier noch mal die energiefluss anzeige machen machen stromladung auch interessant das ist einfach nur eine andere ansicht das hätte dann so geben wir energie aus und so rekuperieren wir dann wieder im schubbetrieb oder beim bremsen aber noch spannender ist jetzt natürlich eigentlich reichweite kraftstoff da steht jetzt 5,5 liter aber wir haben ja einmal grad voll durch beschleunigt was echt gutes und das ist eines der wenigen autos wo ich nicht die ganze zeit in sport unterwegs bin sondern wo ich einfach gesagt habe hey ich lasse es nur ein bisschen gemütlicher angehen und schaue wirklich mal was ich verbrauchen kann und das hat echt spaß gemacht und mit dem verbrauch mit dem 40 liter tank kommt man ja irgendwie 700 kilometer weit rein rechnerisch und das ist sehr konkurrenzfähig mit diesem größeren tank wert ist noch schicker was jetzt schön ist auch wenn wir hier die assistenten rein machen können wir dann hier auf plus oder ein limiter rein machen zum beispiel setzen und dann hält der dann auch die geschwindigkeit wir haben dann auch den abstand zum vordermann den man einstellen kann oder auch die spur dies auto dann hält wenn man das will ja hier ist er dann wenn man die spur wenn er die spur erkennt macht er das auch und so können wir dann die spur halten können die hände auch in zeit vom lenkrad weg machen was vor allem auf der autobahn auch wirklich sehr komfortabel ist rund umsicht ist okay hinten die scheiben ist tendenziell natürlich ein bisschen kleiner ich hatte jetzt hier den limiter übrigens drin ich setze mal hier so guck mal so hält er dann die spur ich bin unten weg oben weg hält den abstand auch zum vordermann jetzt kommt keiner wir haben auch zum ersten mal einen toten winkel assistent drin die bergab fahrhilfe habe ich euch schon erzählt und dann ist es ein auto was einigermaßen sportlich ist ganz gut regelt bei zu schnell angefahrenen kurven was allerdings einen unglaublich guten verbrauch hat das ist es und jetzt kommen wir zum fazit kommen wir zum fazit und euch interessiert natürlich jetzt wie saos sagt mal jan was ist deine meinung als absoluter voll profi von dem auto fangen wir vielleicht mal anders an was erwarte ich von so einer art von auto es soll komfortabel sein ich mag es wenn ich ein bisschen hoch sitze ich mag flexibilität und auf was ich besonders stehe ist vor allem in so einer modernen welt ein niedriger verbrauch check 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 warum honda sagt er dieses auto das ist uns optisch so gelungen das sind wir so geil da kleben wir gern das prädikat drauf für junge leute geeignet ich bin jung zumindest fast noch jung und ich finde die optik einfach herausragend ihr könnt auch viel machen mit den unterschiedlichen ausstattungspaketen was ich gut finde ihr habt hinten die magic sieht ihr bekommt da zwei mountainbikes zumindest ohne räder vorne rein was eine sehr hohe flexibilität ist und das obwohl ihr hier oben diese herabfallende dachlinie habt die ich toll finde ich finde vor allem das profil vom auto wunderschön ihr habt einen relativ großen kofferraum ihr habt einen modernen innenraum und auch für junge leute übrigens geeignet ist die my honda app wo ihr von außen aufs auto auch so ein bisschen zugriff habt und jetzt geht es dann natürlich knallhart in diesem segment wo ja nahezu jeder hersteller mit oder ohne coupé dachform was hat umpreis der vorgänger begann ja schon bei unter 22.000 euro und der in der niedrigsten ausstattung liegt jetzt bei 30.400 euro jetzt sagen viele da draußen das aber viel mehr dass er über 8000 euro stimmt ihr habt hier motor drin bei uns stand auf der uhr wirklich 4,9 liter 131 ps das ist eine allzweck waffe die ich mir so wünsche das passt absolut in die welt und dafür in verbindung mit dem auto mit der karosserie finde ich den preis gerechtfertigt wenn ihr jetzt allerdings aber mal guckt das auto so wie es hier ist seht ihr das das ist jetzt in der höchsten ausstattungsvariante mit der dachreling mit diesem design paket noch mal außen ja liegt dann bei 35.300 euro so wie er hier ist in advance liegt er bei 32.600 euro das ist okay was natürlich allerdings lenkungspolitisch völliger bullshit ist hallo neue regierung ist dass man hierfür keine förderung bekommt für plug-in hybride allerdings eine volle förderung wenn ihr nämlich dieses auto nie laden wollt dann ist ein voll hybrid viel sinnvoller als ein plug-in hybrid wenn ihr laden wollt kann man sich darüber streiten wer das weiß ist natürlich unser kooperationspartner goleasy was machen die die vergleichen für euch unter den etablierten leasing anbietern und suchen den garantiert besten leasingpreis raus schaut da gern vorbei ist eine gute sache wir vergleichen da übrigens für immer selbst hallo jungs ja und hier seid da gelandet bei the car crash review dem auto review code dem besten auto review kanal of all times forever ich hoffe ihr versteht den ironischen unterton wenn er euch trotzdem gefallen sollt dann abonniert den genau jetzt tut mir und jesse ihn gefallen und belohnt euch mit jedem tag einen neuen review ich bin der jan bedanken ich bin bei euch und bis bald in einem anderen japanischen tipp